Hallo Freunde, wir sind heute am Pfingstsonntag im mittleren Mordtal unterwegs. Das erste Mal, dass ihr mich hier vor der Kamera seht. Wetter so 15, 16 Grad bedeckt, ideal zum Wandern und mal sehen, was wir heute so zusammenfilmen. Heute geht unsere Route von Klein-Aschbach über Einöd nach Hinterföhrenbach und nach Förderföhrenbach. Dann weiter hoch der Mäusberg, Altersberg, eine große Runde Steinhausen und wieder runter nach Klein-Aschbach. Die erste Maat haben sie auch schon gemacht. Also Maat heißt das erste Grasmähen. Was ihr das Bräunliche drauf seht, das ist Mülle. Auf deutsch Kuhmist. Scheiße. So, jetzt sind wir in Hinterföhrenberg. Und weiter müssen wir dann? Nach Förderföhrenberg und da hoch nach Altersberg. So, Notiz aus der schwäbischen Provinz vor uns. Lassen wir jetzt gerade hinter uns, weil wir fahren die andere Richtung oder gehen die andere Richtung weiter. Vor der Förderföhrenberg. So ein Weiler mit ungefähr 20 Einwohnern. Guck mal, offene Schäume. Ab hochgekauft. Die fließen hoch. Und Naturfeste. Die fließen hoch. Viele fließen hoch. Hier kommen wir her, das hier ist ein kleiner Schwenk und ganz da drüben auf dem Mäuseberg liegt das Altersberg, ich weiß nicht ob man es erkennen kann, da müssen wir hin und ja weiter geht es hier entlang den gar nicht grüßt ja primero jahe 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Der Teufel soll sie holen. Ja, ein Haufen Mücken hier. Auf Schwäbisch naken für Norddeutschland Mücken. Ich hasse sie. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020